Marie-Louise Bär ist eine deutsche Schauspielerin. Leben Luise Bär machte ihre Schauspielausbildung am Studio für Theater und Tanz in Frankfurt am Main. Anschließend folgten dort erste Bühnenerfahrungen. Mit dem Kino-Kurzfilm Platonische Liebe erfolgte ihr Durchbruch. Bekannt wurde Bär durch ihre durchgehende Serienrolle in der ZDF-Fernsehserie Der Landarzt. Im Jahr 2010 war sie als Hannah Sommer in der Hauptrolle der ZDF-Telenovela Hannah, Folge deinem Herzen zu sehen. Sie übernahm ab Folge 241 die Titelrolle der zuvor unter dem Namen Alisa, Folge deinem Herzen laufenden Serie, bei der sie bereits einige Folgen früher eingestiegen war. Ebenfalls im Jahr 2010 war die Dokumentation Luise, Königin der Herzen im Fernsehen zu sehen. Bär spielt darin Luise von Mecklenburg-Strelitz, die nach ihrer Heirat mit Friedrich Wilhelm III. Königin von Preußen wurde. Filmografie, Filme und Serien 1998-2001 zu 2002 Marienhof, 1999 Mallorca, Suche nach dem Paradies 1999 Stadtklinik, 1999 Platonische Liebe, 2001 Sommer und Bolten, 2001 Das Mädcheninternat Deine Schreie wird niemand hören, 2001 Ein Fall für zwei, 2001 Die Wache, 2001 zu 2009 Der Landarzt, 2002 Doktor, Sommerfeld, Neues vom Bülobogen 2002 Nesthocker, Familie zu verschenken 2002 Nachts, 2002 Kein Mann für eine Nummer 2003 Zwei Profis, 2003 Schwer verknallt, 2003 2009 Soko Köln, 2004 Inga Lindström, Die Farm am Mälersee 2004 Nikola, 2004 Rosamunde Pilcher, Traum eines Sommers 2004 In aller Freundschaft, 2005 Punkt von wegen, 2005 2013 Soko Wiesma, 2006 M-E-T-R-O Ein Team auf Leben und Tod, 2006 Polizei ruf 110 Tod im Ballhaus, 2006 Dron in Blott, 2007 Kreuzfahrt ins Glück Hochzeitsreise nach Burma, 2007 Die Rettungsflieger, 2007 Die Schatzinsel, 2007 Notruf Hafenkante, 2008 Rosamunde Pilcher, Herzen im Wind, 2008 Der Rote Baron, 2008 Im Teil der Wilden Rosen, Prüfung des Herzens, 2009 Von ganzem Herzen, 2009 Unser Charlie, 2009 Das Traumschiff Emirate, 2010 Luise, Königin der Herzen, 2010 Hanna, Folge deinem Herzen, 2010 Küstenwache, 2010 Rosamunde Pilcher, Lords Lügen nicht, 2010 Liebe, Babys und ein großes Herz, 2011 Die Superbullen, 2011 Kreuzfahrt ins Glück Hochzeitsreise nach Sevilla, 2011 Ward Amann, 2011 Emily Richards, Entscheidung des Herzens, 2011 Extinction, The GMO, Chronicles, 2012 Der Letzte Bulle, 2012 Lebe dein Leben, 2012 Katie Ford, Leuchtturm mit Aussicht, 2013 Soko Stuttgart, 2013 Soko Leipzig, 2014 Soko 5113, 2014 Vater Freuden, seit 2014 Die Bergritter, seit 2015 Männer Alles auf Anfang Musikvideos 2014 Kraftklub, wie ich